Und jetzt bringt Ihnen ein preisgekrönter Dokumentarfilm, die ferne Welt des Autismus, ein ganzes Stück näher. Sie haben gesagt, dass es keine Dachvarrung kommt. Das ist etwas... ...artigend in das Recht in die Kamera. Ja, okay. Weil meine Aandacht steeds afgeleidt wird nach dein Gesicht. Also muss ich mir vorstellen, dass dein Gesicht hinter der Kamera sitzt. Was ist er ausreichend an? Es ist ein Quatschbarer. Es muss es sein. Es ist ein bisschen in eine Afgrondkijk. Es ist ein Besef, dass jede Bewegung relevant wird. Und dass ihr da vollständig keine Kontrolle über habt. Ich werde jetzt gefilmd. Ich habe es nicht gedacht, dass unsere Freundschaft nochmals zu einem Film leiden. Ich werde jetzt ein bisschen in die Kamera. Ja, das ist okay. Okay. Ja, das kann. Wir können eine Ruhe kriegen. Das kann. Das kann. Dann wird ein Ruhe Teil der Film. Nee, das ist prima. Da zie ich nicht mehr. Ich denke, dass es mit mir fällt. Ja, natürlich fällt es mit mir. Ich denke gleich an das Ergste. Es ist so, dass... Ich bin bin gespannt auf dein Bild von mir. Hm. Daher muss ich mich auch vertrauen. Ja, aber das habe ich schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Aber nicht mehr. Das ist keine kleinigkeit. Nee, das weiß ich. Ja, aber gut. Das bleibt auch durchgehen, während wir filmen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig. Die Zeit ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig. Ich bin ja auch wichtig. Das war BNE. Das war BNE. Heute war BNF. Was ist das? Das ist... Ich stelle die Tage von meinem Leben in ein 36-talliges Stelsel. ...zodat ich elke datum in drei Symbolen kann ausdrucken. Und dann mache ich 36-1-F ... ... und 36-2-N ... ... und 36-3 ... Ich weiß es nicht mehr. Ich mache 36-0 ... ... und dann 36-1 ... ... und dann 36-2 ... ... und dann 3-2-B. Warum mache ich das? Ich muss oft ein datum notieren ... ... und dann ist es einfacher als ich das in drei Letters kann machen ... ... und dann in acht ... ... mit strepen und ein gedoe ... ... mit verschreiving und ellende. GELACH Ich kann einfach sagen ... ... und dann weiß ich es nicht aus meinem Kopf, ... denn ich muss aufzeigen wanneer es da war. GELACH 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 Ja, 133 is 1296 dagen. GELACH 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 Vielen Dank. Warmwaterleiding gaat hier de muur in en dan loopt hij daar door de muur naar beneden, naar de keuken. Maar voordat ik dat erin kan doen, moet hier een gat geboord worden voor de watertoevoer. En dan is hij geïsoleerd, want het gips is een isolator. Bovendien heb je dan aan de buitenkant van de wand in de badkamer geen leidingen meer lopen. Die lopen dan door de muur, dus dat is mooier om te zien. En het heeft als voordeel dat ik dan een bak kan maken onder de douche om het water op te vangen. Waarmee ik dan de wc door kan spoelen. Want ja, daar zaten dus de leidingen voor in de weg. En een ander bijkomstig voordeel is dat ik dan een douchekraan kan gebruiken. Dat is een thermostaatkraan, dat vind ik ook heel plezierig. Je hebt je wel wat op de hals gehaald. Ja, dat is zo. Ja. Je speelt met vuur. Dat kan ik niet zo beoordelen. Kijk, als ik nu uit mijn woning word gezet en die kans is wel groot, ja, dan is dat niet waard geweest natuurlijk. Kijk, als ik nu uit mijn woning word gezet en die kans is wel groot, ja, dan is dat niet waard geweest. Dan maak ik dingen zoeken als ik er even van mijn opluts. Als ik iets anders opzoek, dan maak ik de dingen die ik wel heb, die maak ik weg. Geen deel dat ik dat ooit bewaard heb. Klein op mijn uur, zoals... Beste Matthijs, hierbij de werkafspraken. Werkafspraken. Dat woord. Wat is er met dat woord? Ten eerste is het geen afspraak. Dat maken ze er steeds van. Het zijn decreten. Afspraak is iets wat je met z'n tweeën doet in de onderlinge overleg. 31 januari kwam Hennie van Beek en de heer G. Wagen, Gert Wagen gewoon. Waarom daar nou G. Wagen? Terwijl Hennie van Beek wordt gewoon met volle naam. Dat snap ik helemaal niks van. Totaal inconsequent. Maar goed. Ja, daar word je wel een crisie van. Nee, goed. Bij jou langs met twee medewerkers van de aannemer. Margrit Broekema doet de halfjarigse controle in huis in verband met de brandbaarheid en de vloerbelasting in de woningen op het balkon. Het gaat dus helemaal niet over controle. Het is gewoon intimidatie. Zij maakt daar foto's van. Ja, dat is omdat ze ondertussen zo bang zijn geworden. Ja, terecht. Zij controleert repareren de gasleiding, de waterleiding en de cv-installatie. Nou, de cv-installatie, daar is helemaal niets meer in de hand. Dat heb ik zo gemaild. Hij is alleen uit elkaar. Omdat ik de waterleiding aan het doen ben. Kan je douchen? Ja, ik zie haar niet, dus ik hoop dat ik... En ik kan niet mee? Nou, dat kan ik niet maken. Je... Je gaat douchen bij de buurvrouw? Ja. En dat mag? Ze heeft het me tot nu toe niet verboden. Het gaat absoluut al niet meer van harte, dus ik moet zuinig zijn op wat er over is. Maar je hebt de sleutel nog, of zo? Ja, zeker. MUZIEK. 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 Pagina 8183. BFE. 4.16 uur. Ik heb een klein universum. Dat is mijn huis. Er zit nog heel veel omheen. Maar daar kom ik niet vaak. Mijn woning is het helal. En de rest van het helal is een kleine paragraaf van dat helal. MUZIEK. MUZIEK. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sollte. Was soll man tun mit der Wohnungsbau-Verenigung? Mittagessen stehen sie vor der Tür. Was passiert dann? Kann ich mich beheersen? In diesem Fall geht es um die Wasserleitung oder die CV-Ketel. Sie wollen wahrscheinlich die schacht dichtplakken... ...um zu voorkomen, dass ich das Werk kann ausmachen. Ich weiß nicht, was sie wollen. Leuk zou es nicht sein. Ich habe auch keine Botschaft, was sie wollen. Ich will es voorkomen, wie dann auch. Das ist ein schönes Wort. Wie viele? 48,84. Verdammt! Ich habe keine Botschaft. Warum mache ich das nicht? Gottverdomme. Oh, kut! Ich verstehe nichts von. Das ist echt etwas für mich. Das geht nicht. Ich kann es kurz kurz später geben. Ich kann es kurz 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 geben. Er ist gut, ob wir kommen? Nein, ich bin sehr deutlich gewesen. Ich habe mein Bestes getan, um meine Lösungen anzutragen. Jullie müssen gleich wieder ein Relf antrappen. Ihr seid gerade gewesen. Ich habe mein Bestes getan. Ja, ich kann nicht mehr tun. Ich kann nicht mehr! Weglesen! Okay. Das ist da. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, shit. Oh, kut. Das ist gut. Ich kann nur mein Fouten auslaken. Ich kann nur mein Fouten auslaken. Und nun? Oh, ich will dood, ich will dood, ich will dood. Ich will dood, ich will dood. Die nicht autisten, die haben eine Herzchenfunktion. Die zorgt für ein Gesicht, also für Intufe und so. Und als autist muss man das alles selbst tun. Wie mache ich das? Das werde ich jetzt erzählen. Man muss alles ausdenken. Und was man sieht, dass autisten sich auf eine kleine Schaalte beperken... ... und das alles ausdenken. Das habe ich auch gemacht. Aber du hast die typischen Vorbilder von autisten... ... die das ganze Datum-Systeme kennen. Das scheint sehr spectaculär, weil niemand das nachmachen kann. Aber wenn man sich fragen, wie sie das tun... ... ist das nicht so schwierig. Dann haben wir das ganze System ausgedacht in ihren Kopf. Und wenn man das fragt, dann laufen sie einfach hin und schauen... ... was das verdachte. Sie laufen in ihren Kopf durch eine Gang mit Datums. Und sie laufen schnell nach 1176. Und sie schauen nach die Datum. Und sie schauen, was das verdachte. Heel einfach. Ja, so funktioniert das bei mir auch. Ich habe diese Wohnung... ...helemaal ausgedacht. Helemaal ausgedacht. Tekeningen in geleverd... ... für die Wohnungbouwvereniging. Und was sie tun? Sie dendenen er da heen. Ich muss immer alles erzielen. Ich muss immer alles erzielen. Ich muss immer alles aufnieuw ausdenken. Ja, da. Ach. Ich muss immer alles essen. Ich muss auch immer alles erzielen. Der Teig ist wirklich, was sie macht. Ich bin dazu und ich binälder. Ich bin riesig. Ich bin einig. Ich bin motiviert. Ich bin bei Trig. Ich bin dabei bei Trig. Hier war die Kaffee. Ich bin dabei in ihrem Kopfý. Ich bin dabei. GELUID 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 Hast du Erfahrung mit GELUID? GELUID GELUID Zo moet ik de blauwe of groene? Uitgang.. Ja. Diese ist nett geworden, ist nicht der Marrlade. Ich hatte gestern eine Aufnahme von der Stapel. Das war echt Prut. Telefongesprekken. Mit? Ich weiß viel. Das ist maanden. Die Menschen haben eine verborgen bedoeling. Das ist warum ich Telefongesprekken aufnehme, um zu lernen. Ich will lernen, um alle minuten zu sehen, was sie sagen. Das ist nicht was sie sagen, aber was sie bedoelen. Das ist meistens ein Lein, Recht, Haagster. Und ich gehe immer auf, was sie sagen. Telefongesprekken. Sie haben gesagt, dass es keine Dachvarring kommt. Sie müssen ein Wort halten, die Klootzakken. Sie haben nie ein Wort. Nein! Hallo? Hoi. Das ist Matthijs van der Meer. Na, das ist Linde. Hey, hoi. Hoi. Ich war ein Reclama. Ich war ein Reclama. Oh, ok. Ich sit mit die Rechtzaak. Dann schlute ich das andere ab. Nee, aber ich muss wel... Ich bin der Hanneke nicht. Oh ja. Nee, nee, nee. Ich bin der Hanneke nicht. 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 Ich bin schon lange aufgrund der Theorie von Subject-Object-Relaties. Ich will wissen, ob NIL eine Vertragung kann sein. Ich kann das als selbstverständlich namenten verwenden. In Deutschland kann man das gut tun, aber in Engels kann es auch. Nein, NIL ist keine gute Vertragung, es ist zu kalt. Die Leegte die das Helal draagt, draagt alles. In allen Fall das Helal, aber das Helal ist natürlich nicht alles. Alle anderen denkbaren Helalen werden auch durch diezelfde Leegte gedragen. Und ich weiß, und ich kann nicht anders, es ist philosophisch unbeholpen, um zu veronderstellen, dass nicht alles was können, besteht. Alles was kann, besteht, besteht. Alles besteht. Die Leegte der Leegte Ich finde es sehr schön, dass man keine Wasserleidungen gibt. Das hat einen Vorteil in der Winter. Ich finde es so, dass es warmes Wasser durch die Grootsteen zu laufen kann. Wenn ich die Verlöte stehen soll, dann wird der Wärme an das Haus gelegt. Ich habe hier ein Tegels aus der Höhe. Ich habe hier eine Wasmachinepomp. Die vom Wasser nach einem Reservoir. Ich habe hier einen Tegelsen. Ist sie kapot? Ja, ich beschouwde es als das Ende des Lebens von dieser Wasmachin. Kapot war sie, aber es ist auch unherstellbar kapot. Das war auch lange so. Aber es ist jetzt so, dass ich ihn auch nicht wieder... wie es ist. Normalerweise der Wasmachin per mich. Aber ich habe die Wasmachin per mich. Ich finde, ich muss die Rolle auch umkern, als es notwendig ist. Ich kann nichts für ihn tun. Ja, das ist schon. Ist hier alle medicinen? Oh Gott, ja. Vielleicht muss das nicht gezogen werden. Warum nicht? Die habe ich als ich zonde komme zu sitzen. Ich benutze immer die erste medicinen. Und ich lasse den Hülpverleners nicht, wie viel ich auf Vorraad habe. Aangezien ich es immer sicher ist, ob ich sie bekomme. Ich habe eine enorme Vorraad. Das habe ich für drei Jahre genoeg. Ich mache NS1-onderzoek. Ich habe nur als Proefperson. Aber du schreibst du das auch in? Ja, sicher. Als ich etwas verandert in der Doseringe schreibe ich es auf. Ich schreibe es auf in eine Vector-notatie. Vector-notatie? Ich habe mehreren als Prämine. Dann Paroxystine. Dann Mitter-notatie. Plus, plus. Dann ist es te gut. Ich bin noch nicht manisch. Aber ja, als ich nur nur einmöden kann denken, dann karteier ich das. Das ist echt sehr einwand. Ja, das kann ich natürlich schon mal nagegen. Es ist auch einwand, weil es... Es ist nicht nur schrecklich, weil man immer an selbstmoord denkt. Ich sage immer selbstdodig, aber dann ist es selbstmoord. Es ist vor allem schrecklich, weil es auch ausgelockt wird... ...durch ein Sturmvloed von negativen Erinnerungen. Und eine enorme selbsthaat. Eine selbsthaat, die sich aus in eine Wens um sich an ein Mootjes zu hacken. Und wenn das ein Tag dauert, dann schau ich noch mal aus. Aber wenn das fünf Tage später dauert, dann bin ich völlig ausgeput. Ja, das verstehe ich. Ja, 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 ja. Wird dann auch der Transmitter abgegeben? Das war ich nicht. Wenn man dann von der linearität ausgeht, kann man bei einem anderen... ...de breuk von der neue, der neue, der neue, der neue, der neue, der 11 oder 7 plus 2. Ist das verfolgt? Kijk even. Kijk even. Ich habe das noch niemals so gemacht. Ich habe das noch niemals so gemacht. Ich denke, wie befreitend es war. Die ersten vier, fünfmalen ich das war. Ja, aber es war. Ja, und wie. Wie ist das? Das ist so schön. Ich gehe von der Diepste Daal. Die schönste Heerlichkeit, die für ein Mensch aber ervaarbar ist. Die ich dann kenne. Ich erinnere mich, es ist sehr lange, dass ich das hatte. Ich fühle mich dann... Das beginnt mit einem kleinen Knick. Es ist etwas in deinem Kopf. Alles wird vloeibaar. Das gibt es entspannung. Das beginnt sehr subtiel. Dann sieht man wieder die Welt um mich heen. Ich sehe wieder die troepen in je Wohnung. Das beginnt. Das beginnt. Das beginnt. Das beginnt. Das ist die Reaktion. Das ist die Reaktion. Ich kenne ein bisschen rund. Was muss hier allemaal gebeuren? Was muss hier allemaal gebeuren? Oh, oh. Die Overweldiging. Alsof je ontwaakt uit een coma. Das kann nicht anders beschreiben. Das kann nicht anders beschreiben. Das ist die Reaktion. Die Reaktion. Musik 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 Das ist hier, dann ein Cilinder da unten und da ein Binnenbraad in. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist auch nicht. Es ist so schwierig, dass ich hier keine Lösung habe. Das sind sie. Das ist M6. Haben Sie auch M8? Nein. Das ist ein Vrakke Moer. Ich sehe hier keine Moer in. Ich bin einer die M8. Ich habe mich gemist. Nein, wir haben keine Äpfung. Oh, ich denke schon. Ich sehe mich verschrikter. Ja. Beneden sind ein Vier. Ein Wörter kommt mit einem Tagvermüt. Ich bin hier auch für dich. Was wird der Geist? Eine Auszeichnung aus der Wohnung? Ich denke, das ist wohl... Ich habe nicht die Dachvaring, aber ich denke... Woher geht es auf? Es geht wahrscheinlich wieder über die Schacht und allerlei Sachen. Ja, aber da sind doch Aussprachen. Warum halten Sie sich nicht an der Aussprachen? Warum? Ja, das kann ich nicht. Was kann ich denn da machen? Gottverdomme! Was will sie von mir? Was will sie von mir? Ja, das weiß ich nicht. Warum? Ich frage das noch nicht. Ja, das weiß ich. Warum kriege ich keine Antwort? Weil ich nicht die Vier bin. Nee. Weil es sich hulpverlenen umhert. Die werden alle graadpleegd. Die spielen alle spelletjes mee. Und ich werde nach der Bevölkerung gezet. Ja, das weiß ich. Ich finde das auch keine Leuke Bootschap. Nee, das weiß ich, dass ich keine Leuke Bootschap finde. Nee, das weiß ich nicht. Nee. Warum hält niemand ein? Nee. Ja, ich... Warum muss ich alles allein tun? Ja. Gottverdomme! Nee, das muss ich wohl roester. Nee! Okay. Nee! Ich will nicht dood. Nee. Ich habe mein Wort. Ich will nicht dood. Nee, ich will auch... Ich habe gesagt, dass ich das ging. Ich muss das tun. Ich habe mein Wort. Ja. Ich habe mein Wort. Ich habe mein Wort. Achso. Ich gebedef penso viel Glück. Ich habe mein Wort. Du singst das ch characterisenHolaben oder 'llst Bret? Ja, das ist gutzwungen. Was negócio denn ist nicht? Was eine beg're conspricht? Das ist keine Situation. Ich nehme mich ermahem. Was? Ich gehe mich her Vielen Dank. Ik ben het er niet mee eens dat je stopt. Ik wil niet dat je doodgaat. Ik stop niet. Neem gewoon de consequentie van wat ik zelf gezegd heb. Ik ga juist door. Als ik hypocriet ben, dat zou pas een stop zijn. Ik voel daar niets voor. Ik ben blij dat ik kan gaan, dat ik een goede reden heb. Ik heb liever een hypocriete Matthijs dan geen Matthijs. Maar je hebt me toch. Alleen, ik ben niet blijvend. Als je Matthijs wil, moet je accepteren dat hij zomaar weg kan zijn. En daar heeft hij altijd al voor gewaarschuwd, maar niemand nam het serieus. En dan nu. Het einde. Maar wie heeft er wat aan, als jij er niet meer bent? Nou, ik heb er zelf niet echt veel wat aan. Ik bedoel, ja, nou ja. Is dat relevant? Moet het nuttig zijn dan? Het spijt me hoor, maar ik vind het al een moeilijke... Ik vind de opgave van een eind aan mijn leven te maken, vind ik moeilijk genoeg. Als ik ook nog moet bereiken dat het nuttig wordt gemaakt, dat gaat mij te ver. Ik heb het helemaal uitgedacht en goed voorbereid. Het testament is klaar. Het is alleen een puinhoop. De woning is nog niet opgeruimd. Daar was ik vanochtend mee begonnen. Helaas, het haalt mij een jammerdom. Ik ben er wel klaar voor. Het komt toch niet af? Zou we het einde schakelen nog even met Den Haag? Kijk of er nieuws is over de Nederlandse militairen. Die drie die Libië dus vrijlaat. Eerst het weer, Marco. Hoe is het in de aanloop naar het weekend? Nou, ziet er best goed uit. Die plaatjes van vanochtend. Daarna raakte het bevolkt. Maar ik denk dat vanmorgen de zon toch wel weer regelmaat. Vlak omhoog. Het is wel onhoog. Maar wat heb je nu gedaan? Matthijs, wat heb je nu gedaan? Ik wil een verklaring afleggen over wat ik gedaan heb. Ik zeg het niet letterlijk, want dan word ik niet serieus genomen. Maar de feiten spreken voor zich. Ik heb de sporen niet uitgewist. Ik ben heel open steeds geweest. En ik heb steeds geprobeerd om bedekt en goed geproportioneerd dingen niet te overdrijven. Want als ik overdrijf word ik ook niet serieus genomen. Maar als ik onderdrijf word ik ook niet serieus genomen. Ik probeer het precies goed te doen. Ik heb de dingen vaak gezegd. Ik heb de dingen eindeloos vaak herhaald. Maar hoe vaker ik het herhaal, hoe meer ik niet serieus genomen word. Ik word gek. Heb je een overdosis genomen? Geef gewoon antwoord. Ja. Tuurlijk. Ja! Ja! Godverdomme! En dan ga ik nu actie ondernemen. Dat kan ik niet halen. Daarvoor ben je ook boven komen lopen. Ja. Daarvoor wil ik ook dat je met mijn advocaat sprak. Ik ga ik nu actie ondernemen, Matthijs. Jij bent Mark Smit. Wil melding maar. Van de overdosis. Insubine. Dat weet ik niet. Dat is de ambulance onderweg. Nee, dat moet je niet doen. Ja, wat moet ik dan doen? Veilig? Ja. Kijk hoeveel grauw zit die hier is. Voor hetzelfde rijp staat er hier een gaskraan open of er lopen de stroomdeur. Nee, dat kan jij wel vertellen. Ja, dat kan je niet doen. Nee, dat kan ik niet doen. Ja, ik moet je maar kijken. Ik ga hier zo. Noem. Ja, dan ligt er hier met een zaken op. Ja, er ligt er hier met een zak op zelfs. Politie erbij. Ja, ik hou me gelijk inderdaad naar de fotofone. Dat zijn jullie erbij. Ich bin da ein Gek, Mann! Mit der Polizei bin ich ein General! Pagina 5229, AQ6, 14.44 Uhr. Anderen zouden niets over mij te zeggen moeten hebben. Geen mens kan voor mij bepalen wat de betekenis is van de dingen die mij overkomen. Geen mens kan bepalen of ik geestelijk in orde ben, of ik het goed of verkeerd doe. MUZIEK Je moet even een seintje geven als je het gaat opnemen. Hij draait. Oké. Ja, dat dacht ik al. GELACH Ja, dat zou ik ook doen als ik jou was. Ja, vooral al die ongemakkelijke momenten erbij filmen. Ik heb één keer de billen vergeten. Er is namelijk tegenovergestelde gebeurd van waar ik bang voor was. In plaats van dat de billen slechter zijn gaan werken omdat ik nog een keer gezakt ben... en dan weer gestegen, zijn ze juist beter gaan werken. Heel raar effect. Het is net alsof mijn zenuwstelsel wakker geschud moet worden door die spiegelwisselingen. En, nou, ik ben er heel, heel content mee. Want zo goed dat ik mij de afgelopen dagen heb gevoeld, dat was alweer echt heel lang geleden. En, eh... Mijn gedachte aan zelfmoed is wel ver weg nu. Ja, nee, ik zou die in m'n hoofd halen. Ik kan al die dingen die mij zo bedreigen, die kan ik relativeren nu. Ik kan het in proporties zien. Ik kan het... Het is net iets verder van me vandaan. Het is niet heel veel verder, maar... Ik kan één stap naar achteren zetten. Ik kan even ademhalen, rondkijken. Rustig zitten. Thee drinken. Eh... Klungelen met de camera. GELACH GELACH Ja. Ich habe bei mir so etwas von Laten wir es wieder über Filosofie haben. Viel mehr. Leuker als medicijnen? Ja. Of woningbouwvereniging. Hoe zou jij je theorie aan niet-filosofen uitleggen? Ik denk dat... Het is heel gangbaar om te denken dat we zijn opgebouwd uit atomen en moleculen. En dat al het andere daarvan is afgeleid. Ik denk dat dat een denkfout is. Atomen en moleculen zijn een eindproduct en niet een startproduct. Misschien is dat wel de essentie. Het idee dat het een het andere uitsluit qua ruimtelijkheid of het een in het ander past, is gebaseerd op onze zintuigelijke notie van de werkelijkheid. Maar die zintuigelijke notie is juist gebaseerd op alle beperkingen die gemaakt worden door de natuurwetten. En zodra je beweegt in de wereld heb je te maken met die beperkingen. Maar jouw bewustzijn is niet onderworpen aan zulke beperkingen. Pas als je beweegt in de wereld heb je de beperkingen. Meedlinds, Tori. Ik denk dat mijn woning in wezen niet iets anders voor mij betekent dan voor wie dan ook. Het is de plek waar je je privacy hebt voor zover er sprake van is. Waar je je eigen dingen hebt wat van jou is. De plek waar je veilig zou zijn in theorie dan. Van der Meer is doorgegaan met het verrichten van werkzaamheden in zijn woning. Op 8 maart is er door zijn toedoen een gat ontstaan in de muur van de woning die uitkomt in de portiek. Het gat in de muur is weliswaar gedicht door van der Meer alleen niet rook en brandweer. De veiligheid van de vluchtroute is daardoor in gedrang. Nog steeds staat van der Meer het verrichten van de werkzaamheden aan de installatie niet toe. Sterker nog, hij geeft aan zelf werkzaamheden aan de installatie te willen verrichten. Van der Meer verschouwt zich nogal eens achter zijn autisme. En hij zoekt daarbij kennelijk een rechtvaardigheid voor zijn handelen. Van der Meer merkt op dat de schacht al gedurende zeven jaar open is. En plots van de een op de andere dag diensten worden gesloten. Van der Meer heeft zelfs een ladder van Le Vier ontvangen om in de schacht werkzaamheden te kunnen verrichten. Het argument dat een open schacht gevaarlijk is voor omwonenden gaat dan ook zeer zeker niet op. Le Vier gedoogde deze situatie al zeven jaar. U moet zich voorstellen, er zit ook veel ruimte in. En ik heb al in het vroeg stadium het open gemaakt om dat als bergruimte te gebruiken. Er zitten spleten in het beton. Er zitten spleten tussen de betonnen draagbalken. En die spleten kunnen als ventilatieopening worden gebruikt. Dan is het moment dat het woord aan mij is. Er is in elk geval sprake van een afwijkende wijze van bewoning. Werkzaamheden aan de CV-installatie, aan de gasinstallatie. Het gat in de muur, daar geldt dat nog eens sterker voor. Dat doet vanzelfsprekend dat je niet tussen je woning en het publieke gedeelte van het appartementencomplex zomaar een gat mag maken. En de veiligheid komt bepaald in het gedrang als het gaat om de elektra. U bent eigenlijk voortdurend bezig om uw eigen interpretatie te geven aan normen die voor iedereen gelden. U bent bezig uw omgeving vorm te geven. En dat levert een sluipend proces op waar op een of andere manier geen einde aan komt. Een zekere tolerantie ten opzichte van psychiatrische patiënten moet natuurlijk aan de orde zijn. Maar de grens wordt hier duidelijk overschreden. En dat betekent dat ik u zal verbieden om met een onmiddellijke ingang uw eigen huis te betreden. En ik zal u gelegenheid geven om het binnen een paar weken te laten ontruimen. Dat is de uitspraak zoals ik hem doe. En daarmee kom ik aan het eind van de zitting en sluit hiermee de mondelijke behandeling. We hebben het nieuwe verheer en verhaal. Ik ben aan het in de zing om de vijfie waarin we dat hebben we... Ong, schepien. We hebben een omgeving vijf gekocht. Doei, vooral. We hebben een omgeving vijfje dat geld om de vijfje in te maken. Het is een omgeving vijfje dat je wil komen. Die müssen wir noch holen, die müssen wir noch holen. Ja, zwei Dosen auch noch. Mag ich nun nach Binnen? Ja, das muss ich noch holen. Hier ist ein Computer. Ja, ja, ja. Ich muss eerst even nadenken. Ich muss eerst... Ich kann nicht alles vergelijk, sorry. Ich weiß nicht, wie ich das alles habe. Ich kann mich noch mal kurz halten. Ich habe noch eine große Zache gefunden. Ja, hoi. Over ein paar Minuten, dann muss ich weg. Da ist ein anderes Loch in der deur. Was hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss euch helfen. Ich muss euch helfen. Ich muss euch helfen. Ich muss euch helfen. Oh, hier hab ich hier. Oh, ja. Eh, crisisopvang. Nee, nicht crisis, maar gewoon opvang op een psychiatrische afdeling. Weet je wel, zoiets. Ja, das ist kein Option. Nee? Ja, das ist noch nicht das erste. Ja, das ist noch nicht das erste, was ich an denken. Nee, naja, aber... Ich hoffe, die populäre Laan. Dann noch ein paar Campings, ich kann es probieren. Ja, ja. Ja? Ja, ich bin auch. Ja, lieber. Ja, muss ich schauen. Ja, lieber. Ja, lieber. Ja, lieber. Ja. Luw. Hallo. Oh, ist das hier oben? Nein. Ja, hier oben nach unten. Nee, da kommt jemand nach unten. Ja, hier oben nach unten. Ja. Ich komme vielleicht nachts noch. Ja. Ich habe das denn nennen gelegt. Wir haben die Sprachen bei uns von Matthäus. Die steht jetzt auf straat. Ok. Wir haben jetzt noch etwas Acuut. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, es ist ja auch. 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 Aber es wird später gesagt, dass es erst einmal besprochen werden muss. Es gibt auch sanitarische Vorzienungen. Nein, nicht überhaupt. Ja, ich brauche mein Mund. Ich will es nicht mehr. Ich sage nichts mehr. Ich will es auch noch ein bisschen tun. Ich werde das nicht mehr über. Ich gehe nicht mehr über. Ich gehe nicht mehr über. Das ist ja auch wieder. UNTERTITELUNG 1884, BF8, 19 uur 12. Ik leef in een chaotische wereld. Steeds verlies ik me in details die ik niet kan oplossen. Ik zit stamvol boosheid. Denken doet pijn. Als je weet dat alles wat je doet verkeerd is, wat doe je dan? MUZIEK MUZIEK Matthijs. Oh, goh, geweldig. Dat was niet de bedoeling. Nee, nou ja, maar je hebt weer een leuke SLP. Je kan hier niet blijven. Je moet er zo weg. Ja. Ja, ik moet ook hoe. Ik loop naar jouw auto. Zet me gewoon even beneden neer. Nee, ik kan de dingen gewoon steeds maar op één manier. En ik loop vast als ik het op een andere manier moet doen. Dankjewel. ZOE MAAON ZOE MAAON ZOE MAAON Das war's. Es gibt sehr viel Selbstbeheersing, um in die Lens zu bleiben, um zu schauen, was auf dein Gesicht passiert. Ich muss auch sagen, dass ich in meinem Kopf habe, dass ich es später noch ein Mal sehen kann, und dann schauen, was es von dieser Höhe zu sehen ist. Ich finde es immer sehr intrigerend, um zu schauen, was mit dir passiert, wenn ich etwas über etwas spreche. Denn du lässt das immer gut sehen. Das finde ich sehr schön. Du bist für mich ein sehr leesbarer und leesbarer Person. Mehr als andere? Ja, sicher. Woher ist das dann? Ich weiß nicht was es ist, aber du hast etwas Speciaales. Was macht das ich und ich gut können zusammenarbeiten? Wie verschillend wir auch sind. Und das hat betreffend auf das Feit, dass man mit einer hoeren Art von Onomwondenheit sich selbst sieht. Ich verwoord es nicht immer. Aber als man eine non-verbale kommunikation geeft, als man eine non-verbale boodschap uitzendt, dann kann man das auch so nadrücklich, dass ich es nicht umher kann. Und für mich ist das sehr plezierig. Deshalb fühle ich mich bei dir sehr veilig. Ich habe dich gewaarschuwd, dass das könnte. Ja, aber das wusste ich auch. Aber ich dachte, als ich meine Aussprachen houdt, und die Partei macht das auch, kann mir nichts passieren. Ja, aber ich nehme es viel zu letztlich. So funktioniert das nicht. Aber wie funktioniert das dann? Ja, ok, aber ich habe das nicht. Ich habe nicht, dass die Welt nicht klopt. Das habe ich auch. Okay, okay, dann gehen wir nach der Titel von Ihren Dokumentaire. Und wenn ich, wie ich nicht so mache, dass es nicht so funktioniert, da habe ich eigentlich lach. Ich habe nur, ich habe nur... Aber als mein Handelwissen ethisch klopft, dann finde ich es auch nicht so, was es passiert, als ich mal nicht... Wie kann ich das jetzt sagen? Ich will besser sterben mit Wahrheit und dann überleben mit einem leugen. Das ist es. Ich kann nicht auf alle vlakken von Leben die Wahrheit naleven. Ja, das kann. Es ist nicht so einvoudig, aber es kann. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Ich habe momenten, soms habe ich heldere momenten, damit ich eventjes die Dinge helderder zie als einfach. So ein Moment ist sehr flüchtig, es ist wieder weg, aber es gibt eine enorme helderheit. Ja, und... Und dann hat man die Machinerie in mein Kopf, die von alles vorwendt, was er nicht ist, als die eben tot staan wird gebracht. Ja. 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 Oh, kom verder. Loop maar gewoon naar binnen. Je vaart er. Ja. Ja. Hey Mark. Ja. Ich kann ein Haapje mit mir essen. Ja, schön. Brokkoli mit Worst. Groningen. Heel gut. Er kriegt ein paar Stolten. Ja, schön. Ja. Ja. Ich muss es einfach schälen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein anderes Leben als ich für mich gedacht habe. Ich verstehe wie es konnte. Ich wollte schlimmer sein als mein Leben und alles ausdenken. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Even hatte ich es, als ob es mich für den Gek gehalten hat. Warum bin ich in meinem Kopf gegangen? Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Hallo. Komm mit. Guten Morgen. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ja, ich hatte nur die dinsdags und woensdags. Oh, ich habe Vollmaaktheit geäist. Container huren, Citybox huren. Ja, das ist alles vorige Woche. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ja, das ist eine Woche. Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ich habe natürlich eine Wohnung. Ich habe Vollmaaktheit geäist. 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 Ja? Ja? Vind je das? Ja, das finde ich echt. Ok. Auch nun noch? Ich habe Vollmaaktheit geäist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr was ich muss. Ich durf nichts mehr zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich denke nur... Ich denke nur... Iedereen legt sich so schnell neer. Ich bin meine Wohnung. Aber ich kann noch in ein Beruf gehen. Ich kann nur die Entruimung nicht aufschorten. Ich kann nur die Entruimung nicht aufschorten. Da bin ich mir bezig. Ja. Ja. Aber gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist echt ausgeschlossen. Warum? Ich möchte noch etwas sagen. Haben wir nun ausgesprochen... dass wir dich anmelden für eine crisis-aufnahme? Ja. Ich habe kein Bezwang. Ok. Das machen wir. Mhm. Mhm. Wenn ich mich richtig aufschauen... Ich verstehe... Nein, ich verstehe. Ja. Nein, ich verstehe... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017